Wir sind ja angetreten, dass wir gesagt haben, wir spielen noch keinen Titel, was ja auch absolut Sinn macht mit der Qualität, die wir haben. Und man hat gesehen, die Mannschaft hat sich hier reingefunden. Nein, wir gehören sicherlich dazu. Aber wie gesagt, wir haben die anderen Mannschaften gesehen, wir haben Spanien gesehen, wir haben Portugal gesehen, wir haben die Engländer gesehen. Also es ist eine verdammt hohe Qualität auf der einen Seite und da wird es dann nachher auch so ein bisschen, denke ich, mal auf die Tagesverfassung ankommen. Die Qualität ist insgesamt hoch, muss man ganz einfach sagen. Also es liegt auch oft, sag ich mal, an den Jahrgängen. Was hast du für Spieler in Frankreich, was hast du für Spieler in England, in Spanien, in Deutschland und so weiter. Es ist manchmal abhängig so ein bisschen von den Jahrgängen und hier ist die Qualität, glaube ich, deswegen immer so hoch oder ziemlich gleichbleibend, weil du eben halt mit zwei, drei, vier Jahrgängen spielst, wo du also dann wirklich Top-Mannschaften hast. Der Vorteil, den sie hat, sag ich mal, sie ist noch besser eingespielt über die Jahre jetzt. Also damals, wenn ich jetzt zwei, neun nehme, mussten wir erst einspielen. Aber wenn man jetzt zwei, neun nimmt und dann mal guckt zu heute oder, sag ich jetzt mal, die letzten drei, vier Jahre nimmt, da haben wir einige Spieler dabei, die schon über zwei, drei, vier Jahre dabei sind, die also im letzten Jahr bei der Euro schon dabei waren, die auch bei Olympia, sag ich mal, in der ganzen Vorbereitung mit einbegriffen waren, die also jetzt auch diese Qualifikation in dieser Europa-Mannschaft gespielt haben. Sie kennen sich sehr gut und ich denke mal, wenn man sieht, dass wir die Philosophie eigentlich verinnerlicht haben, die Spiele selber zu bestimmen, unseren Stil zu spielen, also ich denke mal, da sind wir ganz gut aufgestellt.